Willkommen zu meinem ersten Video mit dem Sony Xperia 7. Das sieht man jetzt nicht wirklich. Ich möchte damit ein paar Tests machen und zwar unter Wasser und wie das Rauschen vom Mikrofon her so ist, wenn ich hier beispielsweise Wasser anmache und rede. So ob man mich jetzt noch hört oder nicht. Das gehen wir dann noch raus. Das Handy ist ja wasserfest, staubgeschützt durch IP55 und IP57. Und gucken wir mal, ob man mich noch versteht, wenn das Handy unter Wasser ist. So, gehe ich ins Wasser ein. Weiß ich natürlich nicht, ob man mich gehört hat. Okay. Ja. Sieht man, ob das nass ist? Nee. Na, aber gut. Dann danke fürs Zuschauen. Tschau.